Isabel Daniel, das Interview mit der Politik-Chefredakteurin. Oberösterreich, das von der vierten Welle bekanntlich sehr stark betroffen war, öffnet am 17. Dezember wieder alles kontrolliert und mit Sicherheitsvorkehrungen. Österreich insgesamt öffnet aber als Fleckerlteppich. Wie es konkret in seinem Land ausschaut und was von diesem Fleckerlteppich hält, möchte ich jetzt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer fragen. Und ich freue mich, Skype-Zuschaltung aus Oberösterreich begrüßen zu können. Guten Abend, Herr Landeshauptmann. Grüß Gott, guten Abend. Sie haben heute verkündet, dass Sie eben am 17. Dezember, der Rest von Österreich darf quasi per 12. Dezember den Lockdown beenden, wieder alle Bereiche gleichzeitig öffnen werden. Ist das vernünftig, alles gleichzeitig zu öffnen? Wir haben ja in Oberösterreich, weil wir eine sehr dramatische Entwicklung hatten, schon von uns aus, bevor der Bund einen Lockdown verordnet hat, den Lockdown ausgerufen, auf anratende Experten ihn auf vier Wochen angelegt. Das halten wir auch. Und wir haben uns natürlich jetzt auch damit beschäftigt, aufgrund der Zahlenentwicklung, ob es Staffelungen braucht. Aber auch aufgrund des Simulationsforschers Popper, der uns berät, trauen wir uns drüber, dass mit den vielen Sicherungsmaßnahmen, die es ja gibt, am 17. Dezember, also nächsten Freitag, wir wieder in geordnete Öffnungen gehen können. Sie sprechen jetzt die Sicherungsmaßnahmen an. Das ist unter anderem natürlich, dass der Lockdown für Ungeimpfte bleibt bestehen, 2G. Wie schaut es da mit Kontrollen aus? Natürlich wird es Kontrollen geben. Wir haben mit der Polizei gerade an den Öffnungstagen Schwerpunktkontrollen, Schwerpunktkontrollen, massive Schwerpunktkontrollen vereinbart. Ich rufe aber wirklich alle auf, sich auch an die Maßnahmen zu halten. Denn das, was wir jetzt dann erleben können, Gastro, Handel mit FFP2-Maske und 2G-Nachweis, das wird uns länger begleiten. Es kann aber nur länger bleiben, wenn auch alle bereit sind, mitzumachen. Also daher bitte die Maßnahmen nicht nur einhalten, wenn ein Polizist in der Nähe ist, sondern wirklich als Grundsatzhaltung, die wir in den nächsten Wochen brauchen. Jetzt wissen Sie ja, dass Österreich per Fleckerlteppich öffnet. Ein Teil, also übrigens just Bundesländer mit den höchsten Inzidenzen wie Vorlberg und Tirol, eines mit niedrigeren Burgenland, öffnen bereits am 13. alles. Mehrere Bundesländer öffnen erst am 17. die Gastronomie und Hotellerie. Wien mit der niedrigsten Inzidenz öffnet zwar den Handel und die körpernahen Dienstleister und Kultur davor, aber erst am 20. die Gastronomie und Hotellerie. Ist Österreich für so einen Fleckerlteppich nicht zu klein? Und befürchten Sie da nicht, dass die Leute von den Bundesländern hin und her fahren und eben diese Vorschriften umgehen? Das Wichtigste ist, dass die Bedingungen, die für unsere Schritte gelten, österreichweit einheitlich sind. Dazu haben wir uns ja mit der Bundesregierung getroffen gestern. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dass es regionale Maßnahmen gibt, das haben wir in der gesamten Corona-Entwicklung immer wieder gehabt. Wenn ich erinnern darf, dass zu Ostern die Ostregion, Wien, Niederösterreich, Burgenland einen Lockdown hatten, wir jetzt eben in Oberösterreich einen längeren. Lieber wäre es mir auch, wenn ganz Österreich unter gleichen Bedingungen gleichzeitig alles machen könnte. Aber die Corona-Entwicklungen sind nun mal unterschiedlich und darum gibt es jetzt auch unterschiedliche Zugänge. Aber befürchten Sie nicht, dass zum Beispiel Oberösterreich schon am 13. nach Niederösterreich einkaufen fahren? Dazu kann ich nur sagen, solange ein Lockdown gilt, sind auch solche Einkaufsfahrten in andere Länder verboten. Und ich halte sie auch für extrem unsolidarisch und unpatriotisch. Ich kann nur appellieren, sich an die Regelungen zu halten. Aber wir wissen natürlich in der Realität, dass es immer Leute gibt, die versuchen, Regelungen zu umgehen. Das sind nur Regeln, die unserer Gesundheit und letztlich auch dem Schutz des Lebens dienen. Und das müssen wir wissen. Sie haben ja selber gesagt, Oberösterreich war sehr hart betroffen von dieser vierten Welle. Deswegen sind Sie ja dann auch früher in den Lockdown gegangen. Wie sehen Sie denn jetzt, Sie haben gesagt, Sie werden vom Simulationsforscher Popper beraten. Wie sehen Sie jetzt die Entwicklung des Infektionsgeschehens und die Lage in den Spitälern? Wir sehen Gott sei Dank, dass der Lockdown wirkt, dass sich die täglichen Infektionszahlen nach unten entwickeln. Die Spitäler aller Trinks sind nach wie vor belastet, sehr belastet und es wird noch bis zum Jahresende dauern, wenn es so bleibt, wie wir es momentan sehen, dass auch die Intensivstationen wieder in einen Zustand kommen, dass wir dort in eine Phase eines halbwegs normalen Geschehens kommen. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt nicht eine Phase, die wir durchleben und aussitzen müssen, sondern es wird das wahrscheinlich ganze nächste Jahr herausfordernd bleiben. Und unsere Messlatte muss immer sein, wie können wir die Intensivstationen schützen. Und daher werden wir auch sehr genau die Entwicklung auf den Intensivbetten im Auge behalten. Das heißt, wenn Sie da sehen würden, dass die Zahlen wieder in die Höhe gehen, würden Sie auch regional gegensteuern? Das muss unsere Messlinie sein, denn wir haben ja extrem viele Behandlungen, Operationen und so weiter aufschieben müssen, wo die Leute dringend auf Behandlungen warten. Und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja nicht unbegrenzt belastbar, auch nicht auf den Intensivstationen. Und auch das muss man ins Kalkül zielen. Darum ist das jetzt auch die Messlinie, an der wir uns orientieren müssen. Ein Thema, das Oberösterreich stark betrifft, das es auch in Wien gibt, sind permanent diese Anti-Impf-Demonstrationen, Anti-Regierungs-Demonstrationen, aber mit sehr vielen Impfgegnern dabei. Und da habe ich auch wiederholt in den Berichten der Ampelkommission vom Vertreter Ihres Landes gelesen, dass das medizinische Personal immer wieder beschimpft und bedroht wird. Wie kann man da stärker dagegen vorgehen? Ich glaube, was das Wichtigste ist, ist, dass die große Mehrheit, die halt offensichtlich schweigt, aber bereit ist mitzumachen mit den Maßnahmen, dass die sehr, sehr vernünftig ist. Wir haben jetzt aufgrund der Demonstrationen, auch aufgrund der Beschimpfungen, die es leider gegeben hat, Richtung Gesundheitspersonal, auch an unseren Impfstationen oder Teststraßen, die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, auch in den Spitälern. Aber auch da kann ich nur sagen, wir sind natürlich bereit, alle, die skeptisch sind, die Fragen haben, geduldig darauf zu antworten. Aber den Radikalen, den müssen wir auch entschlossen entgegentreten, auch mit den Sicherheitskräften, die wir haben. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, aber ich gehe fast davon aus, die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Pilakovic hat bei einer Demonstration in Wien unlängst erklärt, die Spitäler seien nicht wegen Corona-Erkrankten unter Druck, sondern wegen Menschen mit Impfschäden, was natürlich nachweislich falsch ist. Wie sehen Sie denn so eine Aussage? Ja, das ist, glaube ich, das kann man nur als unerträglich einstufen, insbesondere wenn man sieht, wie viele sich in unserem Gesundheitssystem um Menschen bemühen, versuchen, Leben zu retten und dass einfach die große, große Mehrheit derer, die auf den Intensivstationen liegt mit Corona, die ums Leben kämpft, dass die ungeimpft sind, eine Quote von jeweils zwischen 80 und 90 Prozent. Die Zahlen sprechen für sich und vor allem gegen derartige Äußerungen. Sie haben auch angekündigt, Sie wollen das Impfangebot in Oberösterreich jetzt ausweiten. Ich nehme an, Sie wollen auch die sogenannten Booster-Shots, also die dritte Impfung, forcieren. Wir wissen alle, es kommt diese neue Variante Omikron auf uns zu und da ist der Booster offensichtlich sehr nötig. Wie laufen da die Vorbereitungen? Wir bauen das Impfangebot beständig aus, indem wir die Impfstraßen erweitern, auch die Ärzte in ihren Ordinationen bereit sind. Wir fahren mit Bussen zu Schulen, um auch den Kindern und Jugendlichen die Impfung anzubieten. Und es wird jetzt in diesen Tagen an alle Ungeimpften ein schriftliches Angebot mit einem konkreten Impftermin ergehen, um nicht sozusagen die Deadline abzuwarten, bis die Impfpflicht in Kraft tritt, sondern jetzt diese Phase auch zu nützen. Und wir werben auch mit eigenen Informationsmaßnahmen genau für diesen dritten Stich. Im Gegensatz zu den Erstimpfungen sehen wir bei der Bereitschaft, zum dritten Stich zu gehen, doch viel Bewegung, aber es muss weitergehen. Wir dürfen uns dort nicht zufrieden geben. Und dann möchte ich Sie noch als ÖVP-Spitzenpolitiker natürlich zum neuen Bundeskanzler und VB-Chef befragen. Es scheint so, als würde er jetzt einen neuen Stil versuchen und durchaus auch einen gewissen Bruch mit Türkei. Sind Sie zufrieden mit den ersten Tagen, Karl Nehammer? Wir haben uns aus guten Gründen für Karl Nehammer als neuen Bundeskanzler entschieden. Und ich glaube, man sieht auch die Stimmung, die er in die Gesprächsrunden bringt, über Parteigrenzen hinweg, ist auf Einigung, auf ein Miteinander angelegt, das wir auch brauchen in dieser schwierigen Situation jetzt. Und wir unterstützen ihn auch dabei, denn ein Weg aus der Krise kann nur durch das Einbinden und durch das Zusammenfinden führen. Gut, Herr Landeshauptmann, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Guten Abend nach Linz. Dankeschön, guten Abend. Und bei Ihnen bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Und danach geht es dann weiter mit dem Komplexitätsforscher Peter Klimek, der bewertet, wie es mit der Pandemie weitergehen könnte. Und der erklärt, was er vom Fleckerlteppich hält. Bleiben Sie dran.